Ok, ähm... Spannend. Spannend, da geht's. So, sag mal, das Mikro an, das geht halt an. Also ran, Leute. Oh, fuck. Ja. Und es ist weg. Hui! Also dann, schau. Es läuft schon vorbei. Was? Nee, es ist 43, eigentlich soll's noch weitergehen. Das geht in der Vollstunde. Okay. Also dann, Leute, tschau. So, ja. Hi, schau an das und hi an den D-Story-K. Hallo! Schön, dass du dabei bist. Okay. Ja, danke an Samuel. Check mal seinen Kanal aus. Nein, der ist inaktiv. Dann check die nicht aus. Man kann nicht in Google reinkommen. Der ist inaktiv. Inaktiv! Okay. So, dann spielst du mal da ruhig nicht. Raus, fünns Mikrofon. Das hört man nicht. Gut. Spielsteuerung, guck ich mal kurz. Ich nerv' euch nicht damit, aber gut. Ah, Spezialangriff ZR. Springen eher hier. Sprinten. Man kann sprinten. Okay. Es ist bisschen komplizierter, als ich gedacht habe. Also verteidigen weiß ich schon. Schlagen. Ja, das weiß ich auch. Greifen auch. Bewegen. Okay. Gut. Oh, dass hier alles Versteuerung gibt. Es wird noch kompliziert. Okay. Gut. Aber dann. Ja. Geht's jetzt auch gleich schon weiter. Und jetzt bin ich gerade alleine. Oh nein. Hm. Ganz alleine. Okay. Ähm. Ich nehme wieder den. Der hat mir gefallen. Und Verbindung wird hergestellt. Verbindung wird immer noch hergestellt. Es ist spannend. Und. Werden wir jemanden. Ah ja. Da geht's doch. Okay. Hallo. Vielleicht kann ich nicht anfühlen. Alles klar. einer hat 69 Punkte. Gut. Die haben ein bisschen viel gespielt. Okay. Habe ich mir die Stauern gemerkt? Ich hoffe doch. Gut. Hallo. Ich hoffe, die machen mich jetzt nicht gleich fertig. Ähm. Ja. Gefällt mir. Und hier nehme ich das. Gut, 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 gut. Also, ich habe gehört. Ah. Ja. Okay. Ähm. Ähm. Ja. Ich versuche es mal mit der Bewegungssteuerung zu spielen. Ha. Ich versuch es. Okay. Okay. Mit der Bewegungssteuerung bin ich nicht gerade gut. Äh. Hallo. Hallo. Ja. 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 Danke, dass du mich zerstörst. Ich wollte doch gerade mal die Bewegungssteuerung testen. Irgendwann noch hallo an Intro. Bum. Äh. Okay. Äh. Sie mag mich nicht, habe ich gehört. Sie mag mich ganz und gar nicht. Ich kann mich nicht bewegen. Irgendwie ist kein Bissensetzung. Okay. Sie mag mich nicht und ich bin schlecht. So, halt dein Intro, Babbo. By the way. Ja. Und ich kann mit der Steuerung scheinbar nicht spielen. Hallo, Intro, Babbo. Und versuch jetzt trotzdem. Wie geht's, Intro, Babbo? Wir hoffen gut. Hm? Nee, nee. Entschuldigung für's gemisst dann. Er muss natürlich Chips essen. Ich würde eigentlich lieber sogar mit dem... Heute spielen wir nicht Minecraft. Heute spielen wir nur abends, weil ich glaube Testfeuer ist. Minecraft kommt nächste Woche wieder. Da kommt morgen nochmal ein Abend Stream. Ja. Und ich würde... Hallo? Ich finde nur fällig. Oh, hey! Ha. Gut, dann... halt nicht. Ähm. Ah, für den Karten. Es gibt interessante Charaktere hier. Ich würde gerne spielen, aber... Oh. Hey, was alles Interessantes hier gibt. Okay. Also. Hier springt man. Und hier euch zerstören sie. Oh, Intro, Babbo, harte OP und liegt im Bett. Oh. Falls die Operation ja dann... Was hattest du denn? Auf jeden Fall gute Besserung. Ja, gute Besserung auf jeden Fall. Nö, werd mir auch gesund. Du Armer. Aber vielleicht kurz noch was umarm zu sagen, um jetzt hier den Gameplay-Auftrag ein bisschen zu erfüllen. Der uns hier der RTL-Serve... RTL-Serve. Der einmal wieder. Content, der uns hier gibt. Ja, ähm. Ich versuche jetzt mit Bewegungssteuerung. Ihr seht schon, ich bin der Pro mit der Bewegungssteuerung. Oh mein Gott. Oh, ich habe meinen eigenen... Ich tue gerade meinen eigenen Teamkollegen zerstören. Besser kann man noch gar nicht spielen. Okay. Ah, ich habe die Bewegungssteuerung, die ist irgendwie spinnt gerade bei mir. Übrigens, ich weiß nicht, hast du die Arms Direct gehabt? Ja. Okay, dann wirst du es sehen. Man kann natürlich ein paar Updates zur Arme kaufen. Um die geht es da. Man kann auch die Arme austauschen, hast du es dumm schon gesehen. Und ich kann nur gut vorstellen, lässt du dann einfach mal so arms als so arme als DLCs so anbieten werden. Ja. Oder Monster Mega-Arm für 1,99 oder so. Klingt schräg, aber kann sein. Klingt schräg, aber kann sein. Klingt schräg, aber kann sein. Ich konnte gerade alles. Hallo? Ich bin der... Moment mal, wie läuft man? Wie läuft... Man läuft irgendwie auch total seltsam. Versuch... Versuch die zu... Ja, genau. Also, Updates morgen kommt oder verlass heute, nachdem wir es saft, dann ist es morgen, kommt abends dann auch saft bei den 14 Uhr Slot. Den hatte es schon gespielt gehabt und 2 Uhr Slot hat es verpennt. Aber an 14 Uhr Slot hatte ich gespielt gehabt, wird es dann morgen auch geben. Genauso wie in 20 Uhr Slot, den sind auch ein paar Teile und noch kurze MasterCapt. Nein, heute machen wir erst kein Minecraft. Ich glaube, jetzt noch Minecraft machen danach. Ja, äh... Keine Ahnung, ich bin jetzt ja nicht so der Minecraft an der... Wir können gerne... Wir... Wir können auch noch Minecraft spielen. Es werden aber vielleicht erst... Wir werden erst ein bisschen später, weil wir zuerst ein Gartenprojekt fertig machen müssen, was Vorrang hat. Vielleicht spielen wir so... Wie viel Uhr hat es denn jetzt ernst? Vielleicht spielen wir um 22 Uhr noch Minecraft. Ich möchte es noch nicht festlegen, aber es klingt mal realistisch. Okay, und ich versuche jetzt... Kann man... Nein, kann man nicht, man muss... Du bist rausgegangen? Ja. Ja, so weit kann man nicht online spielen, sondern nur bei... Doch. Zweit geht auch online. Aber das Spiel... Spiel mal ein bisschen ruhig. Ich kommentiere dann. Okay. Ja, ich kann auch kommentieren. Ich bin jetzt rausgegangen, weil ich gucken wollte, ob ich auch nur mit dem Crawl-Controller spielen kann. Weil... also es geht. Das weiß ich auch, aber ich weiß es gar nicht wie. Ja, weil ich mit der Show noch nicht ganz so... klarkommen. Und so, also... Oh, ich wollte es gerade eben nochmal testen. Äh, nein, eins, eins. Okay, okay, okay. Ja, dann kommt doch hier so ein bisschen in den Chat. Während ich... Ich hatte übrigens auch noch ein Interview aufgenommen gehabt. Habe es mal vergessen, es hochzuladen. So abends. Egal. Das ist natürlich... Marius Morgen. Habe ich kein Exitiertes Datum genannt. Ich kann auch noch guten Morgen gegen Streamo planen. Denn auch morgen, wo ist die Testfeier um 20 Uhr, Livestream. Nice, ne? Okay, und ich versuche es mit der... Bewegungssteuerung komme ich ja gar nicht klar. Wie springt man bei dir? Ich komme mit dem... Mit R. Mit R. Ja, okay, okay, okay. Okay, ich habe gehört. Und wie... Jetzt wird man den... Bei mir funktioniert der Schild... Ach, nicht, äh... Ja, komm! Hallo, hallo! Lass mich! Ja, ich bin tot. Entschuldigung, also vorhin war ich besser. Keine Ahnung, ich kann mit... Spielen. Danke schön. Bitte. So, und ich drück und jetzt hat... Komm! Komm! Ja, wie kaputt. Also... So wird gesprungen. Ich wollte es noch mal testen. So, ich nehme jetzt das Mikrofon weg. Du wirst gleich wieder hin. Ach man, Mikrofon. Wie das hat man jetzt so besser vielleicht? Oh, ne, es ist jetzt, es hängt wie das hier im Bild, ne? Bin ich jetzt alleine gegen zwei, äh, ne, eher gegen jeden? Keine Ahnung, ich mache nur, dass wir es mal schauen, ob das Mikro-Handling so vielleicht sogar besser ist. Keine Ahnung, wir werden es gleich sehen. Wow, was machst du da? Sehe ich nicht ein. Hallo? Kann ich dich nicht kontern? Ja, genau, die, die... Ich habe schon gesehen, die scheint mir sehr okay. Sehr. Ja, genau, ich werde halt umzingelt. Wieso ich? Und ich komme mit der Steuerung einfach nicht klar. Ja, das Mikrofon ist über meinem Kopf. Ja, cool, ne? Aber so hat man es tatsächlich besser. Ich verstehe immer noch die Steuerung nicht. Okay, also... Okay, man kann trotzdem, trotzdem Schildes angegriffen werden. Ich verstehe die Steuerung immer noch nicht, aber... Äh, ja, ich schlag einfach drauf. Ich kann mich auch nicht bewegen. Wie kann man sich hier bewegen? Es ist funktioniert nicht. Ich habe von den Steuern angeschaut, aber ich komme immer noch nicht drauf klar. Ich glaube, da. Ja, du musst, wie du bist, musst du auch... Ich will ganz, ganz kurz an Distri... 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 Ich bin nicht gekommen, ich habe den Namen zu lesen. Ja. Entschuldigung für meine... nicht vorhandenen... Distri... 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 Okay. Du arme... Ich habe eine Wii U, da kannst du dich mal als Freund in, komm mal später gerne... oder so in den nächsten Tagen mal gerne was gemeinsam spielen in Live Streams. So läuft es ab in der Community, weil du wieder neu bist. Also falls eine Wii U oder Switch hast, lass es mir wissen. So, und... Ah, der, ähm... Intro Baba hat was geschrieben. Ich wurde am Ohr operiert, weil ich Probleme mit meinem Trommelfell hatte. Und nicht mehr bewegen und... Und darf mich nicht mehr bewegen und bin allein zu Hause. Okay, du arme. So, also so greifen. Wenn du Kevin heißen würdest, wärst du Kevin allein zu Hause. Das erste, woran er denkt... Moment mal. Hier wechselt man das Ziel. Und da rastet der aus. Wie bewegt man sich? Also, ja, das habe ich alles schon verstanden. Und so macht man den Griff. Ihr fragt sich dann. Nein, was? Okay, also... Ich mach den Griff sowieso nur. Okay, also... Ähm, wie kann man den Griff... Ja, ähm... Ihr seht schon, ich bin der Profi mit der Steuerung. Ich warte gerade bis... Was beginnt. Aber... Ich kann mich immer noch nicht bewegen. Das ist natürlich intelligent von mir. Na, das soll ich ein bisschen release des Games vielleicht irgendwie lernen. Ja, bis zum... Wann wird das Game eigentlich release ist, gibt es ja schon ein festes Datum. Ja, 18. Juni. 16. Das ist... Um raus zu sein. So, du willst erst mal? Ja, vor ein paar Tagen im Monat. Vor ein paar Tagen? In einem Monat. Also, weniger als am Monat. Noch drei Wochen oder so. Hallo, ich... Wir sind dann erst nur noch drei Wochen bis das Gamers Heint, ey. Das realisiert jetzt erst so langsam. Okay, und ich? Komm nicht drauf klar? Dass du dumm bist. Jetzt sieht das hier auf dein Bein, ne? Ja, dankeschön. Oh, danke, danke, danke. Bitte? Ja, genau, sie tut natürlich... Oh, sie greift mich trotzdem an. Oh, wow, 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 wow Ich, ich kenne ihn mal vorbei, wir lassen uns lieber auf den Tisch nehmen. Was machst du für Konstruktionen? Ja, Konstruktionen, die runterfallen, die mach es. Ja, er hat übrigens noch das Mikrofon auf seine Silderbox gestellt. Okay, wir sind immer noch... Ich kann mich bewegen auf einmal. Okay, wir haben schon mal eine weitere Sache rausgefunden. Dass man sich mit dem Joy-Con-Knüppel bewegen kann, was aber vorher nicht funktioniert hat. Deswegen war ich auch verwundert, dass es jetzt... Wieso sollte es jetzt funktionieren? Ich bleibe bei meinem Waffen. Entschuldigung, wenn es euch nervt, schreibt es einfach... Ihr könnt mir ja euren Charakter, den ihr wollt, schreiben. Und... Dann könnte ich den auch schon... Hallo? Dann könnte ich den... Wow! Also irgendwie, ich kann mit den... Ich bin nicht der Typ, der mit Bewegungssteuerung spielen kann. Also, einfach echt nicht. Entschuldigung? Entschuldigung? Wie soll man mit dieser Steuerung... Muss man sich auch noch richtig hindrehen, oder? Dankeschön. Also... Hallo? Entschuldigung. Ey, ich bin so schlecht. Ich kann einfach nichts mit dieser Steuerung. Du hast es erkannt, du bist das. Ach man. Du hast es erkannt. Übrigens, Leute. Ähm... Und ab 200 Uhr geht es dann weiter mit Minecraft, aber ich glaube, der Testfire geht es nur auf 5 bis 10 Minuten, je nachdem, wenn Nintendo eben die Server offen hält. 5 Minuten ist 9, meistens sind die 5 Minuten länger offen. Okay. Und ist mir egal, ich wärme mich immer noch auf. Bitte. Ist mir egal, ich bin trotzdem weiter, wenn die Server geschlossen sind. Findest gut. Ja, ist doch normal, oder? Zack, 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 zack. Intro-Barber-Spiel Trippengirl. Kenn ich nicht das Spiel. Trimmengirl. Das hört sich irgendwie so an wie ein Gewicht, wie so Erwachsenen-Spiele. Trimmengirl. Kenn ich nicht. Und wieso kommt es drauf, dass es anhat wie Erwachsenen-Spiele? Ja. Vor allem, weil keiner weiß, was ich mit Erwachsenen-Spiele definiere. Ja. Und da gibt's vieles. Ja. Das erinnert mich an GTA. Da gibt's eine Wassermarke namens Pisswasser. Ich weiß. Wer weiß das nicht, ne? GTA bis auch ein paar Wochen und du wirst gerade vermöbelt. Schön, das zu sehen. Ja, weil ich... Weil dieser Typ... Weil diese Leute, die nichts anderes können als greifen. Die können nicht mal auch mal springen und euch ausweichen und euch dann platt machen. Ja, und ich kann auch greifen, weißt du? Habe ich gelernt. In meinen langen Jahren bei der US Army. Was rede ich eigentlich? Das weiß ich nicht. Ja, ich war... Dass du in deinen langen Jahren bei der US Army greifen gelernt hast. Applaus, Robin. Ja. Du hast Kompetenzen. Falls ihr es noch nicht wusstet, ich war... Oh. Du bist gekämpft. Oh, oh mein Gott. Ich hab jemanden gestört. Hintere Bauch ist gerade so peinlich. Weißt du? Ähm... Es spielt gar nicht wie ein Girl. Es ist ein Kämpfer in Arms. Sehr geil. Ja. Wir sind... Ja. Wir haben Skill. Ja. Aber außerdem wissen wir natürlich immer alles. Also, dementsprechend habt ihr es weitergeleitet. Du sollst mal den Spieler Ribbon Girl spielen in Arms. Okay. Wir werden es ausprobieren. Entschuldigung. Das war krass. Es ist das erste Mal, dass ich Arms spiele. Ja, die Charaktere kenne ich natürlich nicht. Ja, ich kenne das auch nicht. Ich habe es bis jetzt in einer Stunde gespielt. Und wer immer dasselbe, kommst du Typ, was sie morgen sehen wird. Wenn der erste Part von 14 Uhr hochgeladen wird. Okay. Ah... Ribbon Girl. Ribbon... Hat sie... Hat das nicht so... Gibbon. 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 Gibbon Girl. Gibbon Girl. Gibbon Girl. Soll ich jetzt Werbung machen? Nein, Spaß. So Eigenwerbung, diese richtige Schlechtung. Okay. Okay. Vielen Dank.